Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Dieses Sneak. Heute geht es um Insidious Fear. Wir haben ihn gerne, äh, wir haben ihn gestern gesehen und... Wir haben ihn auch gerne angesehen. Ja, es war auf jeden Fall ein Film, den ich empfehlen würde, ein Horrorfilm, der dem Namen Horrorfilm auf jeden Fall gerecht wird und auf jeden Fall auch ein guter Film ist. Ja, ich fand auch, ich fand den ersten Teil stärker als den letzten Teil des Films, aber man, also, die Hauptsache ist, man hat Schiss und das hat man auf jeden Fall bei den Filmen. Jumpscares sind top. Ja, richtig krasse Jumpscares. Direkt von der ersten Minute an ist man in dem Film drin und das ist halt die Besonderheit, wenn ein guter Horrorfilm gut funktioniert, dann hat er dich in der ersten Minute, meiner Meinung nach, und trägt dich bis zur letzten Minute und das hat er auf jeden Fall geschafft. Dementsprechend, Empfehlung geht raus. Ich gebe dem Film sieben Halbpunkte und du? Ich gebe dem Film sieben Punkte. Alles klar. Ja, dann 14,5 Punkte, auf jeden Fall Empfehlung und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.